Hallo, herzlich willkommen bei Doing Easy. Ich möchte hier in diesem Video eine ganz tolle Selbsthilfetechnik vorstellen. Und da geht es jetzt wirklich nur um die Basics, nämlich um die Punkte. Und der erste Punkt hier, das ist der Karate-Punkt, kann man sich gut merken. Man schlägt jetzt hier kein Brett durch, sondern man trommelt entweder an der linken oder rechten Hand an dem Rand. Alternativ gibt es noch den heilenden Punkt. Also beim EFT fängt man entweder mit dem Karate-Punkt oder mit dem heilenden Punkt an. Der wird auch Wunderpunkt genannt. Den reibt man, den klopft man nicht. Und so beginnt dann EFT mit dem Thema dann auch, dass man entweder den Karate-Punkt oder den heilenden Punkt nutzt und geht dann über zu den Gesichtspunkten. Das ist Auge innen, also so am Rand deiner Augenbraue. Und der nächste Punkt ist dann Auge außen, also nicht so sehr am Augenrand, sondern vielleicht so ein bisschen weiterhin zur Schläfe. Unterm Auge, das ist auch nicht direkt am Lidrand, sondern halt, wenn man eine Brille auf hätte, so ein bisschen tiefer unterm Auge. Unter der Nase. Trommel an den Stellen nicht unbedingt mit zwei Fingern. Mir hat meine Trainerin gesagt, dann trifft man nicht die Mitte. Das stimmt. Und das gilt auch für den Kinnpunkt. Von der Intensität her klopft man beim EFT. Ich würde sagen, so wie man jetzt mit den Fingern auf dem Tisch trommelt. Das ist der Schlüsselbeinpunkt. Und man sagt auch so sieben bis acht Mal. Sollte man schon einen Punkt bearbeiten, also drauf klopfen, so von der Geschwindigkeit, würde ich mal so sagen, so jetzt. Der Handgelenkpunkt, den mag ich ganz gerne. Er setzt so die Fingerpunkte, den kann man klopfen oder gleich die ganze Handgelenk umgreifen oder reiben. Kopfpunkt, den trommelt man auch wieder. Ja, ich hoffe, du hast mal einen Eindruck bekommen von den Klopfpunkten. Fehlt natürlich noch das Thema. Und ich werde EFT-Videos auch weiter hier veröffentlichen. Deswegen abonniere doch meinen Channel oder lass einen Kommentar da oder einen Like, damit ich auch weiß, was ihr für Themen gerne bearbeiten wollt. Und ansonsten ist das, wie gesagt, erstmal so ein absolutes Basic-Video. EFT kann man auch nicht in drei Minuten erklären. Ich kenne EFT jetzt seit über acht Jahren und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich denke, ich werde auf diesem Channel auch vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt emotionaler Missbrauch und das ganze Ungemach, so an Kummer, was einen dann wegfegt, mit EFT zu bearbeiten. Bislang waren bei mir persönlich so die größten Themen, die ich mit EFT bearbeitet habe, schon so Ängste. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Was auch ganz interessant war, ich habe EFT auch viel beim Thema Ziele erreichen und Motivation eingesetzt und auch für Sport oder beruflich. Das hatte ich auch immer ganz erstaunlich gute Ergebnisse. Also ich weiß, das war jetzt erstmal nur ganz schön knapp. Wie gesagt, es kommen noch weitere Videos und ich werde auch in dem nächsten Video ein bisschen so auf unterschiedliche Strömungen eingehen und dass man sich da nicht verwirren lassen sollte, weil es gibt eben ja einfach auch zum EFT ganz viel. Aber das macht die ganze Sache auch spannend. Ja, also in diesem Video ging es mal nicht um emotionalen Missbrauch oder toxische Beziehungen, Trennung, alles so im Kontext von Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus, Borderline. Auf heißt mein Kanal ja auch Going Easy und nicht Going Worse. Aber was ich doch auch wieder sagen möchte, ist, wenn du jetzt das Gefühl hast, also es geht dir richtig dreckig, such dir lieber einen Psychotherapeuten, denn Selbsthilfe ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung, wenn es einem scheiße geht. Aber das sollte nicht so alles sein, was möglich ist. Daher guck ins Internet, guck, was gibt es in deiner Stadt, gibt es irgendwo einen Platz und bleib dran, weil man findet irgendwann auch einen, auch einen, der gut zu einem passt. Und ja, es gibt einfach auch Phasen im Leben, da sollte man nicht so lange rumspielen, nur mit, keine Ahnung, Selbsthilfe oder Meditation oder Selbsthilfebüchern. Ja, also ich sage immer, wenn dich im Bus angefahren hat, also richtig angefahren, legst du dich ja jetzt auch nicht ein Jahr ins Bett und guckst mal, ob die Hüfte von selber wieder reingeht oder vielleicht mal so ein bisschen klopfen. Also wenn ich jetzt vom Fahrrad kippe und schlag mir das Knie auf, gehe ich auch nicht nach Hause und klopfe mir die Schläfe und ja, also ich hoffe, es rübergekommen und stay tuned und have a toxic free day und wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann.